Hey Freunde, willkommen zu dem ersten Vlog. Heute fahren wir zur Pinball Garage, zum lieben Flo und unboxen meinen zweiten Flipper, den Stranger Things. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich würde euch sagen, ich nehme euch jetzt mal mit. Wir fahren jetzt hin. Bis gleich. Ich stehe jetzt gerade hier im Showroom bei Pinball Garage und ihr seht schon, hier sind einige Flipper am Start. Monster, Godzilla, Jurassic Park, Deadpool, Lord of the Rings, auch noch ein älterer Flipper, Elvira, Foo Fighters, Jurassic Park nochmal, zwei Venoms, einmal Pro, einmal Limited Edition. Also hier ist einiges los. Neben mir steht jetzt der gute Flo von Pinball Garage und wir entpacken heute, oder entboxen, ging schöner, entboxen heute den Stranger Things. Ganz genau. Viel Spaß. und ein bisschen gefilmt, bis heute Abend. Herzlich Willkommen beim Tag 2 des Vlogs und heute wieder zu Gast bei Pinball Garage beim Flo. Wir bauen jetzt hier in den Stream of Things den Protektor ein. Das ist quasi so eine Schutzschicht für das Spielfeld. Und das Weiteren bauen wir... Wir rüsten noch um auf Silikon-Gummis. Auf neue Silikon-Gummis in Lina übrigens. Klingt komisch? Ist aber so. Viel Spaß! Hey Leute! Tag 3 quasi bei diesem Flipper-Vlog vom Stranger Things. Hier steht er jetzt, diesmal nicht im Showroom bei Flo, sondern diesmal bei mir im Showroom. Na gut, also im Flipper-Raum sozusagen. Er ist da. Ihr seht, es sind noch keine Beine dran, die müssen noch dran gemacht werden. Und ihr habt noch ein paar Sachen nicht gesehen, die jetzt noch quasi gemottet sind. Flo hat nämlich auch im Hintergrund noch ein bisschen fleißig gearbeitet. Was hast du denn so reingemacht noch? So einiges. Du hattest kaum schon viele Sonderwünsche. Unter anderem das UV-Kit. Das UV-Kit, genau. Ja. Ja. Ein bisschen Lüfter. Lüfter. Ja, da wird irgendwie auch viel rumgespaut. Jetzt du mich immer spontan interviewst, Alter. Tja. Ich bin voll unvorbereit. Ja, Freunde, der Flipper steht da. Er ist aufgebaut. Ihr habt das gerade mal in dem Zeitraffer und alles gesehen, wie wir den jetzt hier noch Final aufgebaut haben. Und er funktioniert. Wir hatten gerade schon ein super duper Testspiel gehabt. Das war wirklich, ich glaube, das war schon sehr nah am Grand Champion. Ich habe Leon gewinnen lassen. Danke. Ja, er steht da. Funktioniert. Ich bin happy und freue mich. Und ja, ich habe jetzt hier einen zweiten Flipper. Das ist geil. Das ist geil. Dank Pinball Garage. Wenn ihr übrigens auch mal einen Flipper kaufen wollt, checkt mal die Seite aus. Bei Pinball Garage gibt es ganz viele Flipper von Stern, die ihr kaufen könnt. Könnt ihr auch gerne anrufen, wenn ihr mal bei irgendwas unsicher seid. Flo hilft euch da gerne. Flo, vielen Dank. Dann auch fürs Vorbeibringen. Gerne wieder. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich denke. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Video.